Na dann, kann's ja losgehen. Hey, halt! Ja, nicht, dass wir dann irgendwie in der Wüste landen, hallo? Da, da hol ich lieber Wasser. Alex! Je älterer wird, desto mehr wird er wie sein Vater. Bitte? Quatsch. So, Freunde, ready for take-off. Oder doch? Nee, Alexander hat recht, Sonne kann mörderisch sein. Ganz genau. Kann losgehen. Okay, anfassen. Tariq, ich muss fixen. Ene, mene, Spanien, wir wollen nach Albanien. Ene, mene, voll Amurf, Orochi heißt es so. Boah, das ist ja wie gebeamt. Diesen Und. Mama. Puh, und. Puh, Agent. Ei, Schatz. Ei, Schatz.